Hallo zusammen, meine Frau und ich sind mal wieder in München und da will ich Street-Fotografie machen, weil die ganze Sehenswürdigkeiten in München, ja die gibt es ja gefühlt schon eine Million Mal im Netz und das brauche ich noch einfach, muss ich noch dazu kommen und da konzentriere ich mich einfach jetzt auf die Street-Fotografie und bin da auch nur minimalistisch ausgestattet, weil wir sind im Zug hier und da will ich nicht so viel oder wollte ich nicht so viel einpacken, minimalistisch heißt ich habe die D7500 dabei, das 1680er von Nikon mit der 2.8er bis 4er Blende drauf und ein ND-08 und ein ND-09 und ein ND-18 dabei, das sind meine ersten ND-Filter von Jaworski gewesen und die passen hier für die Street-Fotografie hervorragend. Und zwar möchte ich hier in der Fußgängerzone, ihr kennt ja alle die DSGVO, dann halt die Motive scharf haben und dann die ganze Menschenmasse einfach etwas verschwungen im Bild zu sehen. Und da sind die ND-Filter perfekt dazu. Soviel zum Equipment. Ja, das Video auch, das wird der Stadt und das Ende gleichzeitig sein, weil ich will jetzt hier in der Fußgängerzone, Viktualienmarkt, Marieplatz etc., wo wir uns bewegen, so viel Menschenmasse im Video drin haben. Also Anmoderation ist gleich Abmoderation, soviel schon mal vorweg. Und ich werde das alles aus der Hand fotografieren. Da liegt jetzt ja dann die Kunst drin. Dann mit denen lange, also lange in Anführungsstrichen Verschlussseite, so von einem Zwanzigstel rum, ein Zehntel werde ich mich bewegen, schätze ich einmal. Dann so ruhig zu halten, dass das Motiv dann auch noch scharf ist und die Menschenmasse dann so leicht verschwungen sind, dass halt die Gesichter nicht so sichtbar sind. Ihr wisst warum. DSGVO, sag ich nur. Ja, soviel dazu. Und wir stöbern jetzt durch die Fußgängerzone. Wir haben traumhaftes Wetter. Die letzten zwei Tage und morgen auch noch gemeldet. Und ich wünsche euch viel Spaß bei den anschließenden Bildern. Wem sie gefallen, kann ja gern den Daumen nach oben geben oder ein Abo, der noch keins hat. Oder die Glocke, da verpasst ihr keins der Zukunft. So, jetzt habe ich alles durch. Und ich verabschiede mich auch gleich wieder an dieser Stelle. Ja, viel Spaß beim Anschauen. Ja, und bis zum nächsten Video. Ja, die Bilder kommen jetzt, Leute. Also, tschüss und viel Spaß. Vその nächsten Video. Vomitzen an den Koffi-Fakern. Vomitzen an den Koffi-Fakern. Vomitzen an den Koffi-Fakern. Das war's. Vomitzen an den Koffi-Fakern. Vomitzen an den Koffi-Fakern. Right through And every time you say goodbye I think to myself Could this be it For me And you So why Should I be fathered I'll try To keep my promise But you Make it too easy To love me Love me